Na ihr, ich bin Perlworldsüchtig und habe mittlerweile einige Stunden in das Spiel gesteckt und ich glaube, ich kann einsteigern ein paar Tipps und Tricks geben, die ich am Anfang noch nicht wusste. Und damit sage ich Moin und Hallo, ihr schaut Marvelomania, ich bin Marv und ich glaube, das wird ein umfangreicheres Video, denn ich habe mir einige Tipps und Tricks rausgeschrieben, die ich euch gerne zeigen möchte, die ich am Anfang nicht wusste und dann irgendwie rausgefunden habe oder in anderen Videos gesehen habe. Und vielleicht hilft euch das ein bisschen. Ich wollte am Anfang noch kurz was sagen und zwar, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann würde es mir unheimlich helfen, wenn ihr mich supportet, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst, einen Kommentar schreibt, dann können wir sowieso voneinander lernen. Das finde ich immer ganz cool und wenn ihr richtig Bock habt, dann abonniert doch den Kanal, da freue ich mich auch mega drüber. Aber ich will auch nicht zu viel Werbung machen. Lasst uns anfangen. Als erstes möchte ich über die Stats sprechen, eure Werte. Immer wenn ihr ein Level Up habt, dürft ihr hier eure Werte erhöhen und ich kann euch empfehlen, auf jeden Fall erhöht am Anfang das Gewicht, also die Maximallast, die du tragen kannst. Denn es ist nichts ärgerlicher, als am Anfang durch die Gegend zu laufen und wirklich alle paar Minuten oder fast schon jede Minute sozusagen, weil ihr hier irgendwo was abgebaut habt, wieder in die Base zu müssen, um das Zeug zu deponieren. Also, ich bin wirklich großer Fan davon, erstmal den Stat Gewicht zu erhöhen. Ich mache das immer auf 1000, das reicht mir dann eigentlich und gehe dann danach auf Ausdauer. Und wenn wir gerade schon beim Thema Ressourcen abbauen waren und Gewicht erhöhen, Ressourcen in Palworld wachsen nach. Also, ihr habt zum Beispiel hier drüben Steine und wenn ich die abbaue, dann wachsen die nach. Also, es gibt sozusagen hier einen Spot, wo zwei Steinressourcen spawnen und wenn ich die abbaue, dann sind die nach kurzer Zeit wieder da. Das ist wichtig zu wissen. Nächster Tipp, und das ist mir fast schon ein bisschen unangenehm, weil ich es erst relativ spät entdeckt habe, ihr könnt klettern in dem Spiel. Ihr könnt einfach ganz steile Hänge hochklettern, einfach hoch, also dran springen und euer Charakter klettert da hoch und zwar klettert der so lange, bis eure Ausdauerbar weg ist. Und wenn ihr dann oben auf dem Berg angekommen seid und wieder runter wollt, ey, dann nutzt auf jeden Fall den Gleiter. Der bringt euch nämlich sanft wieder nach unten, nutzt allerdings auch eure Ausdauerbar. Irgendwann wird es soweit sein und ihr wollt natürlich ein Pal nach dem anderen fangen und ihr müsst kämpfen. Und da kann ich euch nur empfehlen, baut euch ein Schild. Ein Schild ist sozusagen, ich gucke mal, ob ich es einblenden kann. Ja, unten links seht ihr eure HP. Ich habe 46 HP und da kommen nochmal 260 Schild obendrauf. Die werden sozusagen zuerst verbraucht, bevor meine HP angegriffen wird und die laden sich nach einer gewissen Zeit auch wieder auf. Absolut empfehlenswert. In meinem ersten Safe Game habe ich hier eine Basis im Startgebiet gebaut und ich kann euch nur empfehlen, relativ großzügig zu bauen. Und damit meine ich nicht, dass das Gebiet unbedingt super, super großzügig sein soll, aber die Pals sind sehr groß und irgendwie ist das Pathfinding und das Movement von den Pals nicht das Beste. Und manche passen halt durch solche Türen nicht durch, also baut irgendwie so großzügig, dass genug Platz ist, dass sich die Pals bei euch bewegen können. Das heißt, baut auch nicht so super eng die Benches zusammen und so. Also denkt einfach groß. Ein Fehler, den ich in meiner ersten Base hier gemacht habe, aus meiner Sicht, ist die Erreichbarkeit der Benches. Die sind hier im ersten Stock und ich muss also immer hier reinlaufen, hier nochmal hochlaufen, hier und dann bin ich da. Aber Benches sind natürlich furchtbar wichtig und dort baut ihr allen möglichen Krempel und vielleicht ist es einfach besser, die Erreichbarkeit zu erhöhen, indem ihr das ins Erdgeschoss baut. Werde ich in Zukunft auf jeden Fall auch noch umbauen. Verbessert euer Lager und ich weiß, dieser Tipp, das ist kein richtiger Tipp, weil euch das Spiel da ja auch so ein bisschen durchführt und ihr könnt hier an eurer Perlbox mit V die Lagerverbesserung anschauen. Und jedes Mal, wenn ihr euer Lager verbessert, könnt ihr mehr Arbeitsperls ins Lager packen und das ist extrem wichtig, um schneller voranzukommen. Ich weiß, das Spiel führt euch da durch, aber ich möchte es hier trotzdem nochmal erwähnt haben, macht das so schnell, wie es geht. Vor allem, weil ihr, ich weiß nicht mehr genau auf welchem Level, aber die Anzahl der möglichen Lager irgendwann erhöht. Ihr kennt das sicherlich, ihr seid in der Welt unterwegs, ihr sammelt allerhand Zeug ein, ihr habt ein paar Perls gefangen und seid jetzt voll beladen und denkt, oh nein, der nächste Schnellreisepunkt ist ewig weit weg, wie soll ich denn jetzt zurückkommen? Es gibt da einen kleinen Trick und der funktioniert allerdings nur, wenn ihr in den Optionen eingeschaltet habt, dass ihr keine Items verliert, wenn ihr sterbt. Dann könnt ihr einfach Escape drücken ins Menü und den Punkt Respawn auswählen. Ich mache das jetzt einfach mal und dann sterben wir einfach. Wenn wir keine Items oder sonst irgendwas verlieren, dann können wir einfach wieder, oder wir können immer wieder einsteigen, aber wir haben noch alle Items und dann können wir einfach sagen, okay, zurück in die Base. Ein weiterer Vorteil vom Respawn ist folgendes. Ich gehe jetzt mal auf Schnellreise und ich habe ja hier schon einige Schnellreisepunkte freigeschaltet. Es gibt aber wieder Einstiegspunkte, zum Beispiel hier unten auf der Insel oder auch hier oben und die könnt ihr wählen, wenn ihr respawnt. Seht ihr, jetzt kann ich als Wiedereinstiegspunkt zum Beispiel die vergessene Insel hier oben wählen, obwohl ich dort noch nie war. Es ist auch ein ganz guter Trick, um zum Beispiel bei Spielstart zu sagen, ich möchte nicht in diesem Startgebiet anfangen, sondern vielleicht mein Lager hier oben auf der Insel errichten. Dann könnt ihr euch einfach hier direkt nach Spielstart auf Respawn drücken und euch hier oben wiederbeleben lassen. Wenn ihr schon eine Weile spielt, dann kennt ihr sicherlich den Turm des Rain-Syndikats hier relativ mittig auf der Karte. Darin befindet sich ein Boss und das ist wiederholbar. Ihr könnt den Boss besiegen, ihr könnt den Turm verlassen, ihr könnt direkt wieder rein und damit XP farmen, wenn ihr darauf Lust habt. Ist natürlich ein harter Grind, immer dasselbe zu machen, aber es funktioniert. Ihr habt einen tollen Pell gefangen und wisst nicht mehr wo, überhaupt gar kein Problem. Ihr drückt Tab, geht in euer Pelldex, sucht euch einen Pell aus. Nehmen wir mal den Fuddler oder Fuddler. Dann klicken wir hier oben auf Habitat und schon sehen wir auf der Karte, wo der Fuddler spawnen kann. Es gibt übrigens unten rechts noch eine Anzeige für Tag und Nacht, denn es gibt einige Pells, die nur bei Nacht spawnen. Ein gutes Beispiel dafür ist Tombat. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, scheint es zu dieser Zeit nicht aktiv zu sein. Gehe ich jetzt auf den Nachtmodus, sehe ich, oh, relativ viel Aktivität bei Nacht. Ich hatte es ja schon erwähnt, die Pells sind zumindest als Arbeitsperls nicht die schlausten und manchmal bleiben sie stecken. Sie können sich nicht mehr bewegen, sie sind irgendwie stuck und das bekommt ihr weg, indem ihr an eure Pellbox geht und zum Beispiel gesehen habt, dass dieser Pangulett stecken geblieben ist. Und dann zieht ihr ihn einfach hier in eure Box und wieder zurück ins Lager. Dann spawnt er hier neu, da ist hinter mir gespawnt und verrichtet wieder seine Arbeit. Wenn ihr im Baumenü seid, welches ihr mit B öffnet, gibt es, wenn ihr dann C drückt, den Rückbaumodus. Damit könnt ihr Dinge wieder abreißen. Unter anderem auch eure Pellbox. Und ja, das funktioniert wirklich und nein, das ist nicht das Ende vom Spiel. Das könnt ihr auf jeden Fall tun. Es passiert auch nichts Schlimmes, aber seid euch bewusst, ihr müsst euren ganzen Stuff, den ihr hier liegen habt und irgendwo gesaved habt, ja in eure neue Basis bringen. Und wenn ihr hier diese Pellbox abreißt, habt ihr auch keinen Schnellreisepunkt mehr hier. Also plant das bitte im Voraus, dass ihr richtig, richtig viele Materialien von A nach B schleppen müsst. Am meisten Sinn macht es eigentlich, wenn ihr sozusagen die zweite Basis freigeschalten habt und mit dieser dann arbeitet, euch ein bisschen hin und her teleportiert und dann die Materialien austauscht. Und wenn ihr dann sagt, ja die erste Basis brauche ich nicht mehr, weil die war irgendwie blöd gebaut oder an einem doofen Ort, erst dann sozusagen die Pellbox abreißt. Es gibt einen merkwürdigen Bug, den das Essen betrifft. Habt ihr Essen im Inventar, dann hat das ja eine bestimmte Haltbarkeit. Hier zum Beispiel meine roten Beeren haben noch eine Haltbarkeit von 9 Minuten und 45 Sekunden. Danach verdirbt eine rote Beere. Also es verderben nicht alle 15, sondern danach habt ihr dann noch 14 sozusagen im Inventar. Wenn ich aber mit Rechtsklick die Beeren in eine Holztruhe packe, dann fangen die 10 Minuten wieder von vorn einzulaufen. Und wenn ich das jetzt mit Rechtsklick wieder zurück packe, auch hier wieder. Also wenn ihr merkt, da läuft Essen ab, was ihr gerne noch hättet. Also es gibt ja auch Bufffood und andere Dinge, die ein bisschen mehr Materialien kosten zum Herstellen. Dann könnt ihr damit auf jeden Fall das Spiel so ein ganz klein bisschen betrügen und sagen, okay, ich brauche nochmal neue 10 Minuten. Und es gibt natürlich auch Nahrung, die viel, viel längere Verderblichkeitsdauer hat. Hier zum Beispiel 40 Minuten beim Weizen. Ich denke, es wird gefixt irgendwann. Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr euch gerade im Early Game, wenn ihr noch keine anderen Möglichkeiten habt, super schnell fortbewegen könnt. Und das ist das Rutschen. Ihr gebt einfach Vollgas, indem ihr mit Shift schneller lauft. Und dann drückt ihr C, um zu Rutschen. Und sieht mal, wie schnell das geht. Ich wollte eigentlich bewusst keine Tipps zu Pulse geben in dem Sinne, also nicht zu spezifischen Pulse, aber eins muss ich auf jeden Fall erwähnen. Versucht, so schnell es geht, einfach einen Nightwing zu fangen, denn damit erlebt ihr das Spiel nochmal komplett anders. Ich werde den jetzt mal spawnen. Nightwing haben wir eben, fliegt zum Beispiel hier im Startgebiet. Da hinten ist noch einer. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Moment, ich versuche den mal so ein bisschen anzuvisieren. Da hinten ist noch einer. Die sind meistens so Level 10, 11, 12 und ab Level 15 könnt ihr im Technologiebaum, ich muss mal ganz kurz schauen, war das Level 15, den Nightwing-Sattel freischalten und dann bauen. Und wenn ihr das habt, könnt ihr, wenn ihr F gedrückt haltet, einfach aufsatteln und mit dem Nightwing fliegen. Ihr könnt nach oben fliegen, ihr könnt nach unten fliegen, ihr könnt wirklich große Höhenunterschiede überwinden. Der Nightwing hat an sich auch eine Ausdauerbar, die seht ihr jetzt gerade rechts neben ihnen. Das ist nicht unsere Ausdauerbar als Charakter, das ist seine Ausdauerbar. Und ihr müsst keine Angst haben, wenn die leer ist, dann stürzt ihr zwar nach unten, aber ihr verliert keine HP. Die Ausdauer wird relativ schnell wieder aufgeladen und ihr könnt einfach weiterfliegen. Eine Sache, die ich auch relativ lange nicht gewusst habe, wenn ihr Q drückt, werft ihr ja eure Palsphäre. Wenn ihr Q gedrückt haltet, zum Beispiel hier auf dem Kativa, dann seht ihr eure Capture Chance, die ist hier bei 99%. Und oben drüber steht auch Captured. Das bedeutet, ich habe schon einen Kativa gefangen, also mindestens einen Kativa gefangen. Solltet ihr einen Pal entdecken, der wirklich neu ist, wo ihr noch kein Exemplar von gefangen habt, dann würde darüber New stehen. Sobald ihr das anvisiert habt und die Fangwahrscheinlichkeit angezeigt wird, müsst ihr die Sphäre nicht werfen, sondern könnt auch einfach einen Rechtsklick machen und das Ganze wird abgebrochen. Und ganz zum Schluss habe ich noch einen Tipp für alle, die mal so ein bisschen mit den Spieleinstellungen experimentieren wollen. Ich dachte nämlich eine ganze Weile, dass man die nicht mehr ändern kann. Das stimmt aber nicht. Wenn wir jetzt einfach rausgehen zum Titelbildschirm, dann wird das Ganze ja gespeichert, dann klicken wir ganz normal auf Spielbeginn, suchen uns unser Savegame raus, klicken das an und sagen Welteinstellungen ändern. Und jetzt kann ich die benutzerdefinierten Einstellungen einfach ändern oder mir ein Preset hier aussuchen, klickt dann unten auf Bestätigen und kann das Spiel laden. Wenn ihr also Lust habt, einfach mal die erhaltenen XP zum Beispiel deutlich zu erhöhen, weil ihr denkt, ich habe keinen Bock, das dauert mir zu lange, dann könnt ihr das machen. Ihr könnt es später auch wieder runterstellen, ist überhaupt gar kein Problem, wusste ich auch eine ganze Weile nicht. Ja und mit diesem schönen Blick über den See möchte ich mich verabschieden und einfach Danke sagen fürs Zuschauen. Ich hoffe, da war der ein oder andere Tipp dabei, der euch vielleicht weiterhilft. Was ich geil finden würde, wenn ihr noch weitere Tipps habt, die man einfach umsetzen kann, was jetzt nicht so krasses Endgame ist, sondern ich sag mal wirklich für Einsteiger vielleicht noch so ein bisschen Midgame bis Level 20 oder ich weiß nicht so genau, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare, so können wir uns gegenseitig helfen. Das finde ich irgendwie auch total wichtig. Ich lerne auch noch was dazu und ja, sag noch einmal Danke fürs Zuschauen und bis bald. Vielen Dank.